Und noch so was braunes. Und noch ein brauner, weißer Brustfleck. Ja, der ist in so einer Hülle und aus der Hülle muss der raus. So. Wisst du, wie er Luft schnackt jetzt? Fein, Annie. Fein. Mädchen. Ja, das erste Mädchen. Erste Mädchen. Dann hast du drei Mädchen, drei Mädchen. Okay. Gut. Na ja, gut. Gut, Ellie. Ein Mädchen. Wo ist die Schere? Okay. Warte, warte. Warte, Ellie, warte. Warte, Ellie, warte. Warte, Ellie, warte. Warte, Ellie, warte, warte. Halt sie mal kurz weg. So, jetzt mal sauber machen, das Mädchen, ah, fein machen. Guck, ist unten eine Poke. Der Knubbel unten zwischen den Beinen ist Poke und der Knubbel hier oben ist Röder. Das ist ein Mädchen. Gut gemacht. Wenigstens ein Mädchen.